So, die Trollwand ist unser erster Stop beim Trolltag und wie Sie sehen, sehen sie nix, aber wir werden ja nicht eure realsten Instagramer im Feed, wenn wir euch die nicht auch bei Nebel zeigen, denn eigentlich geht es hier 1500 Meter steil hoch mit so ein bisschen Überhang noch und das ist sogar so steil, dass nicht mal Reinhold Messner da drauf war, sondern irgendwie erst 1964 ist da irgendjemand hochgeklettert oder so oder 58? Keine Ahnung. Irgendwann dann, also voll spät, aber ist schon auch beeindruckend. Ich kann jetzt leider keine Drohne fliegen, weil es regnet, aber vielleicht ja beim nächsten Trollstopp, wer weiß. Hier ist der nächste Trollstopp, der Troll Stiegen. Da wurden elf Kurven in die Felsen gehauen, um einen schlappen Höhenunterschied von so 600, 700 Metern herzumachen. Das Ganze wurde 1936 gebaut, schon eine ganze Ecke her, da haben die dann noch acht Jahre gebraucht, also nur zwei weniger als der Rendsburger Kanaltunnel jetzt in der Sanierung. Braucht ihr auch noch mal schon? Hier, Stiegfossen, 320 Meter Höhenunterschied und eine maximale Fallhöhe von 40 Meter. Krasses Ding, krasses Ding. Hier, schaut noch mal. Wollt ihr die neue Kappe shoppen? Oder was meint ihr? Das ist gerade ein Monatsgehalt in Eis angelegt. Aber ist ein großes. Ja, kann man mal machen. Ja.